Hit Radio RT1 Der große Versteigerungstag zugunsten der Kartei der Not. Liebe Hörer von Hit Radio RT1, ich lade Sie hier mit recht herzlich ein, ins Mozart's Haus zu kommen. Zu einem wunderbaren Kindergeburtstag, im Namen vom Wolferl natürlich. Wir begeben uns auf eine Zeitreise ins Rokoko, als er noch ein Kind war. Ein frecher Lausbub und er wird ein bisschen aus seinem Leben plaudern, beziehungsweise ich natürlich, die Cousine des Bäsle. Für die Verpflegung ist natürlich auch gesorgt. Es gibt einen leckeren Gummibärlerkuchen fürs Geburtstagskind und die Gäste, natürlich genug zu trinken und für die Eltern einen Koffeinschuh. Also ich freue mich schon auf das höchste Gebot, denn das wird gewinnen und diese Spende geht natürlich an die Kartei der Not. Bieten Sie jetzt mit.